. . . . . . . . . Das hört man gerne. Ja. Ich fahr jetzt nur noch auf euren Kinofilm auf DVD. Der läuft noch. Auf DVD kommt der im Herbst raus. Im Herbst? Ja, ist schon klar. Wir haben die ganze Staffel von Einstein. Also es lohnt sich auf DVD zu kommen. Wir wollten gar nicht in ein Kino gehen. Obwohl in ein Kino war es auch schön. Wir hätten mehrere Auftritte wie Kinos gehabt. Und... Wir kommen aus dem Siegerland. Aus dem Siegerland, ja. Kommt jede Menge neue Folgen auf. Wir werden fast fester drehen. Ja, stimmt. Und am 2. September gibt es den Auftritt beim Jauch. Haben wir vorgedreht. Hallo. Komm mit da rein, sonst werdet ihr lasst. Ja. Wir wollen die da reinholen, sonst werden die... Ja, dann gehen wir am Trockner. Das ist ganz gut. Oh, ja. Das ist eine kleine. Das ist eine zweite Frau. Das ist zwei, 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 zwei. So kenne ich die meisten. Das ist gut gemacht, gell? Ja, ganz gut. Die hat ja den, der auf den Weg. Ich habe auch keine Abwägung. Ich habe eine Abwägung. Ich habe einen Abwägung. Das kann man mit einem schon raus machen, gell? Oh, jo! Ich glaube, der Uwe kriegt man raus. Hier. Ich bin dran. Hallo. 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 Was ist es so? Das war's.